Zum zweiten Video Hallo, hier ist euer Anahe in der Robbenboxer Wir spielen Partyspiele Ein im Lauf, wieder mit dem Jan und den Link zum Kanal vom Jan ist in der Beschreibung Ein im Lauf Was soll das denn hier, Junge? Weisst du, ich mit dir keine Partyspiele für immer Partyspiele Ja, ich habe auch einen offenen Nahtyp Ich habe einen Stricken Auf dem PC ist auch witzig, da habe ich einen Nahtyp vom Mittel Ein im Lauf Der beschissenste Spielmodus, wenn du mich fragst Ich habe keine Munition mehr gehabt weil ich ja nur eine im Lauf habe Mann, du Pisser, wieso trifft der immer? Der hat wetten Auto jemanden Letztes Leben Was, letztes Leben? Wissen wir forschen? What? Haben wir hier nur ein Leben, oder was? Was? Oder drei? Wieso sagt mir das niemand? Ähm, wir haben drei Was? Du schau dir mal zu Du schau dir mal zu Der richtige Profi in einem Lauf Der richtige Profi in einem Lauf Der Lolo ist vor mir gestorben No Der Lolo ist vor mir gestorben Ah, diese Runde geht ja schnell vorbei Aber ich mache ja ein 5 Minuten Video draus Fuck Ich war der Letzte Hä, lieber der Letzte als der Erste Ja Jetzt ist es so Juhu Schau mal wie die Killcam lag Alter Ich bin auf einen Meter weit weg Und hab mir die Strahlung getroffen Weißt du, die Hitbox von COD ist eh total für den Arsch Ist so Du kannst einen bei den achseln Haaren kitzeln und er ist tot Ey, am besten spielen wir noch eine Runde, oder? Ja Das wäre jetzt nur ein 3 Minuten Video gewesen Boah, haben wir ein geiles Video, du Neuer Rekord 3 Minuten Video Ne, mein kürzestes Video Weiss ich gar nicht wie lang das das war 5 Sekunden Probe Ey, machen wir Stand Off Genau, so eins singen Und dann so Loooooooooo Ey, bei FIFA 13 mit Facecam habe ich extra so getan Jedes Mal, als ich ein Tor gemacht habe Da bin ich so richtig ausgeflippt Ja, aber das kommt jetzt nächste Woche Ja, aber das kommt jetzt nächste Woche Ja, aber das kommt jetzt nächste Woche Oh, Medo Wie hat es denn jemand Ey, du siehst so wie ein richtiger Fussballfeder Wie wir vor dem Fenster sitzen Und wenn ein Tor fällt so Jaaaa So sieht das aus Ja, du wirst ja richtig bescheuert Ich bin nicht nur ein Fussballfan Jaaa Jaaa, FIFA Ich check Ich check FIFA gar nicht Wenn ich ein Team steuern muss Ich muss einen einzigen Charakter haben Das ist ja die Spielerkarriere oder so Wie das auch heisst bei FIFA Unsere Sache hält niemand auf Weisst du was ich das Gute finde? Äh Bei Bei Call of Duty auf dem PC Nein Ich bin der erste Kids Stirb Der leckt Da Der hat so richtig geleckt Der musste einfach sterben Mann, was kämpft der im Ernst? Was kämpft der? Mann, wieso leckt die Kacke? Hey Im Ernst? Ich will auf einen schiessen und es leckt Mein letztes Leben Ja Wieso leckt die scheiss Lobby? Da ist er, da ist er Töte mich Töte mich Töte mich Töte mich Töte mich Töte mich Hey, Alter Wer ist der scheiss Host von der Lobby? Alter Du hast ihn doch um den Kopf getroffen Hast du ihn schon gesehen? Ja Aber es leckt rum wie es Jetzt Jetzt wechselt es zum Host Zum neuen Alle haben eine rote Verbindung Schau mal Und jetzt auch wieder So wenn ich tobe Ich möchte nicht mit dem Host Wenn ich jetzt rausgehe Es ist niemand Der Host Alle haben vorangst Der russ Abkrabbeln Das ist ein Ding Das ist ein Ding Das ist ein Ding Sogar mein Handy wäre ein besseres Host als der Host von der Lobby Wie die rumlegst Geh Sogar die Host hat zu sich selber eine schlechte Verbindung Auf dem PC kannst du wenigstens selber Browser machen bei Modern Waffe 3 Ich ernenne diesen Spielmodus als den dümmsten Modus überhaupt Ich mag den auch nicht Ich mag den auch nicht War ich wenigstens schlechter als du? Ich habe etwas in meinem Leben erreicht Machen wir noch eine Runde Nein, nein, nein Eine Runde in einem Laufjahr Warte Warte 5 Punkte 5 Punkte Wau Das ist ja fast ein Rekordverdächtiger Ey Du hast 2 Schüsse überlebt Ich habe nur 1 Schüsse überlebt So ein klasse Editor wenn man eine Waffe nehmen könnte Sogar Waffenspiel macht mir Spass Sogar Was ist denn Nachher wird Scharfschütze über zu nervig Hey, was ist denn Scharfschütze für Modus? Scharfschütze ist Jede 50 Sekunden glaube ich wechselt die Waffe Ah, das geht ja noch Das geht ja noch Ja, du musst dich aber neu anstellen auf die nächste Waffe Ja und das ist mir scheisse egal Bei Battlefield muss ich mich auch neu einstellen wenn ich einen Panzer umdüse Das stimmt Ja aber Du schiesst mitten Aber das machst du sogar wenn du mitten drin auf einen Typen schiesst oder sowas machst mitten drin wechselst Ja das ist ein Schiss Ah Also Call of Duty hat etwa gleich oder Activision hat etwa gleich viel Geld wie Jetzt legst du gerade weg wie so Ich verstehe nicht er ist wenigstens froh dass du dass du überhaupt ein selber findest mit mir oder wenn du nicht Guck mal bitte das letzte Bild das war ein T-Rex ist ja leider schon geladen dann guck da gleich nochmal rein Ich glaube mal Ja, ich bin der Horst! Ja, ich bin der Horst! Du bist der Horst. Jetzt guck mal schnell. Warte mal, welcher war das? Ja, ich bin der Horst, ich geh ins Pornoshow und dann lag die Lobby lag. Legt grad rum wie scheiße. Ey, wenn mir einen im Spieler auf den Sack geh, geh ich einfach aus der Lobby. Oder geh mir HD-Pornos reinziehen. Hehehe. Hehehe. So. Die Messer auch aus töten. Ah. Ja. Hey, what the fuck? Der Ente lag dir für voll rum. Das war ich, das war ich. Headshot. Im Ernst, ja, ich mach extra, dass nachher die Lobby laggt. Hehehe. Ich hab den voll gemessert und stirb. Das könnte ich in der Wiederholung sein, bei 9 Minuten 50. Hehehe. Ich hab den gemessert und er geht nicht drauf. Oh. So, jetzt gibt's Rache, jetzt lad ich mein Porno. Hehehe. 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 Das nennt ich ne Killcamboot, dass man jetzt einfach in der Luft ist und dann steht. Hehehe. Hehehe. Das war ich. Hehehe. So, jetzt gehen wir raus und nachher... Kann ich schja những die Debate haben? Ausländer.